Ja, ich komm. Und wenn ein Schiff kommt, wann wird eine Bescheid gesagt, dass man hier nicht mehr überwacht? Ich glaub, da vorne ist dann so ein ... Ich glaub, das wird sehr selten nur noch hochgeklappt. Ah, hier. Hier ist erst die Grenze. Bis hierhin wird ja nur in der Mitte aufgeklappt. Ja, und es ist bestimmt sehr teuer, so ein altes Ding immer aufrechtzuerhalten. Ja. Aber es war bestimmt auch schon, als Sie sie gebaut haben, so ein bisschen Absicht, sie so übertrieben zu machen. Guck, da kann man auch hoch- und da runtergucken. Ja, ich bin hier, glaub ich, noch nicht rübergegangen. Ich bin lieber hier links. Ja, doch. Wir geben auch die linke Hand. Ja. Ja. Und jetzt? Nichts, ob man nichts kann. Nichts, die ist ja offen. Mit diesem, der letzte, der hatte solche schlechte Lichtenthältigkeit, da war alles immer schwarz. Das ist aber langweilig, wenn du nicht drauf bist. Wie hier? Wo meinst du? Die strepen ja immer am Skal. Scrape, scrape. Oh, da stand eben, da ist die Jahreszahl, wenn es gebaut ist. Guck nochmal eben. Ne, steht da gar nicht. Auf Engelschad. Schad irgendwie. S-H-A-R-D. Heißt die Sterbe auf Engelschad. Schad irgendwie. Schad irgendwie. Ja, jetzt raus wieder. Statt im